Atheismus, laut Duden eine Weltanschauung, die die Existenz Gottes verneint bzw. bezweifelt. Es könnte eigentlich so einfach sein, diese Definition zu verstehen, doch trotzdem höre ich als Atheist regelmäßig von einzelnen gläubigen Personen, dass ich doch an Gott glaube, behaupte nicht an ihn zu glauben, weil ich sündigen möchte oder mich selbst aufgrund der wissenschaftlichen Fortschritte als etwas Besseres sehe. Zumindest hinter einer ähnlichen Meinung steht scheinbar auch der Betreiber des Kanals Christo logisch. In seinem Video Atheismus, das Fehlen von Glauben an Gott, erklärt er, welche Probleme im Atheismus aufzufinden sind. Welche Probleme dahingegen diese Argumentation beinhaltet, versuche ich nach bestem Wissen und Gewissen in dieser Antwort darzustellen. Wie auch bei meinen bisherigen Videos könnt ihr das Originalvideo oben in der Karte oder unten in der Videobeschreibung finden, wenn ihr überprüfen möchtet, ob ich irgendeine Aussage aus dem Kontext gezogen habe. Heute soll es einmal um den Begriff des Atheismus gehen. Es ist ja üblich, dass Atheisten den Atheismus folgendermaßen definieren. Das Fehlen von Glauben. Im Englischen dann auf lack of belief. Generell würde ich diese Aussage so durchgehen lassen, auch wenn ich in der Regel nicht sage, dass mir der Glaube an Gott fehlt, sondern dass ich noch nicht überzeugt wurde, dass er existiert. Wenn man mich überzeugt, dass er tatsächlich real ist oder er sich mir sogar persönlich offenbart, werde ich ihn nicht abstreiten. Doch solange dies nicht der Fall ist, habe ich auch keinen Grund zu behaupten, dass er ein Teil unserer Realität ist. Sie sagen, sie würden gar keine positiven Aussagen über die Nicht-Existenz Gottes von sich geben. Das ist selbstverständlich eine höchst bequeme Art, sich jeglicher Beweislast zu entledigen. Glaubst du, dass Feen existieren? Glaubst du, dass Trolle existieren? Oder noch besser, wenn du Christin bist, glaubst du, dass Vishnu existiert? Falls nicht, hast du dir bereits die Arbeit gemacht und sie widerlegt? Oder sagst du lediglich, dass sie nicht existieren, weil du dich aus Bequemlichkeit der Beweislast entziehen möchtest? Der Fakt ist folgender. Nicht-Existenz können wir nicht nachweisen. Das ist, wie auch vielen anderen AtheistInnen, auch mir vollkommen bewusst, weshalb ich auch nicht ausschließe, dass ein Gott existiert. Allerdings bedeutet das auch nicht, dass ich davon ausgehe, dass er es tut. Um diesen Punkt zu veranschaulichen, verwende ich gerne die etwas detaillierteren Zusätze Gnostik und Agnostik. Hier drüben seht ihr eine einfache Tabelle mit zwei Spalten und zwei Reihen. Die Spalten spiegeln hierbei wieder, ob Personen den Zusatz Gnostik oder Agnostik bekommen, während die Reihen beschreiben, ob sie TheistInnen oder AtheistInnen sind. Meines Erachtens wird in drei dieser Felder eine positive Aussage getätigt, weshalb die Personen, die sich darin befinden, eine Beweislast tragen. Während Gnostische TheistInnen sagen, dass sie wissen, dass Gott existiert, sagen Gnostische AtheistInnen, dass sie wissen, dass es keinen Gott gibt. In beiden Fällen wäre nachzuweisen, wie dieses Wissen zustande kommt. Denn wenn sie es nicht wissen, sondern lediglich davon ausgehen, wären sie in der jeweiligen agnostischen Kategorie. Da Gott generell weder nachweisbar noch widerlegbar ist, würden viele Personen sagen, dass es keine wahren Gnostischen TheistInnen oder AtheistInnen gibt, sondern alle agnostisch sind. Persönlich richte ich mich allerdings nach dem Mindset der Person, mit welcher ich mich unterhalte. Wenn diese sagt, dass sie weiß, dass es einen Gott gibt bzw. nicht gibt, gehe ich davon aus, dass sie sich in dieser Annahme sicher ist. Was ich nun allerdings machen kann, ist, dieses vermeintliche Wissen zu hinterfragen und die Person damit zu überzeugen, dass sie es eventuell doch nicht weiß und somit tatsächlich agnostisch ist. Hier ist es nun allerdings so, dass agnostische TheistInnen noch immer sagen, dass sie einen Grund haben, um überhaupt die Existenz eines Gottes in Betracht zu ziehen. Dieser Grund wäre das, was man in Bezug auf die Beweislast als Argument erwarten würde. Die Position von agnostischen AtheistInnen ist, dass wir weder eine Möglichkeit haben, Götter zu widerlegen noch zu beweisen. Wenn wir Personen, welche diesen Standpunkt vertreten, vorwerfen, dass sie nur der Beweislast ausweichen wollen, könnten wir das Gleiche über ChristInnen sagen, wenn es um die übernatürlichen Mächte anderer Religionen geht? Weichen wir alle der Beweislast aus, wenn es darum geht, die Existenz von Einhörnern und eines Pegasus zu widerlegen? Auch wenn viele Personen, die ihren Glauben verteidigen möchten, diese agnostische Position als einfaches Schlupfloch darstellen, um der Frage nach ihrem Gott zu entkommen, müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass wir alle genau diese ununterbrochen in unserem Alltag anwenden. Erstens, wenn Atheismus nichts weiter ist als das Fehlen des Glaubens an Gott, dann ist Atheismus auch nichts weiter als eine Behauptung über den Bewusstseinszustand und keine Aussage über Gottes Existenz oder Nicht-Existenz. Das an sich sagt aber nichts über die Existenz Gottes aus. Der Atheist sagt letztendlich nichts anderes als, ich bin psychologisch nicht überzeugt, dass Gott existiert. Das ist korrekt. Und aus genau diesem Grund habe ich die agnostischen und gnostischen AtheistInnen aufgebracht. Ich als agnostischer Atheist würde aktuell sagen, dass ich nicht davon ausgehe, dass es einen Gott gibt. Wenn du mir Beweise lieferst, welche deinen Gott belegen und keine Lücken aufzeigen, wie es bei bisher allen philosophischen Argumenten der Fall war, welche ich gehört habe, werde ich an deinen Gott glauben. Ich werde mich nicht dazu entscheiden, an ihn zu glauben. Ich werde keine andere Wahl haben, als an ihn zu glauben. An dieser Stelle wäre es nämlich auch noch gut aufzubringen, dass wir nicht bewusst etwas glauben oder nicht. Wir haben keinen Einfluss darauf, was uns überzeugt. Wenn du mir nicht glaubst, versuch einfach mal für fünf Minuten daran zu glauben und vollkommen überzeugt zu sein, dass Australien nicht existiert. Geh davon aus, dass alle Aufnahmen, welche du von dort gesehen hast, gefecht sind und alle Personen, die von dort kommen, lediglich lügen und eigentlich in England leben. Genau umgekehrt verhält es sich bei mir und, falls er existiert, Gott. Würde er sich mir offenbaren, würde ich glauben, dass er existiert. Ob ich ihn dann anbeten, preisen und mit ihm zusammenarbeiten würde, wäre nochmal eine andere Frage. Aber sofern er mich nicht zu diesen Aktionen zwingt, sobald er es sich mir zeigt, funktioniert im Übrigen auch nicht das Argument rund um den freien Willen, welches so viele Apologet innen so gerne aufbringen. Manchen Menschen fehlt einfach der Glaube an eine ungelenkte Evolution. Aber kein Atheist würde deswegen sagen, dass die Evolution falsch ist. Allerdings sage ich auch nicht, dass mir der Glaube an einen Gott fehlt, weil andere Personen sagen, dass sie nicht an Gott glauben. Ich kann für mich selbst denken und die Signale, welche ich über meine Sinne erhalte, interpretieren. Wenn eine Person die Evolutionstheorie nicht akzeptiert, dann spricht da erstmal nichts dagegen. Ein Problem kommt allerdings auf, wenn sie eine unbegründete Alternative entgegen dem wissenschaftlichen Konsens lernen will. Und nur damit es nicht falsch rüberkommt, ich denke nicht, dass dieser auf einem Podest steht, welches niemand anfassen kann oder darf. Ganz im Gegenteil. Ein Hauptbestandteil einer jeden wissenschaftlichen Theorie, welche nicht mit der umgangssprachlichen Theorie verwechselt werden sollte, ist, dass man spezifische Kriterien festlegt, wie sie widerlegt werden kann. Wenn wir auf diese Möglichkeit verzichten, könnten wir diese beliebig erweitern, ohne ein tatsächliches Ergebnis zu erhalten. Ein kurzes Beispiel. Hinter dir ist ein Dino. Du hast geschaut und da ist keiner. Naja, das liegt daran, dass er unsichtbar ist. Aber wenn du nach ihm greifst, dürftest du ihn fühlen. Hast du nicht? Dann ist er vermutlich einfach nur einen Schritt nach hinten gegangen, als du nach ihm greifen wolltest. Aber direkt hinter dir ist eine Wand. Habe ich dir in etwa nicht gesagt, dass dieser Dino durch Wände laufen kann? Dazu sei natürlich auch gesagt, dass es AtheistInnen gibt, welche die Evolutionstheorie nicht akzeptieren. Denken, dass Impfungen zu Autismus führen oder die Erde eine Scheibe ist. Nicht an Gott zu glauben, bedeutet nicht automatisch, dass man den wissenschaftlichen Konsens akzeptiert. Theismus und Atheismus beschäftigen sich ausschließlich mit einer einzigen Frage. Gibt es mindestens einen Gott oder nicht? Theoretisch könnte es sogar TheistInnen geben, welche davon ausgehen, dass ihr Gott mit dem Urknall angefangen hat zu existieren. Dieser Gott wäre nicht nur mächtig genug, um ein Universum aus einem philosophischen Nichts zu kreieren, sondern sogar sich selbst, womit er meines Erachtens mächtiger wäre, als der abrahamitische Gott, der einfach schon seit eh und je im Kosmos gechillt hat. Lasst euch daher einfach gesagt sein, dass im restlichen Video scheinbar von AtheistInnen gesprochen wird, die den wissenschaftlichen Konsens akzeptieren. Zweitens! Wenn Atheismus nichts weiter ist als das Fehlen des Glaubens an Gott, dann rate mal was. Dann sind Bäume, Steine, Autos Atheisten. Es braucht nicht mal ein Gehirn, damit einem eine Überzeugung fehlt. Wahre Atheisten sagen, sie glauben nicht an Gott. Allerdings haben wir vorhin noch festgehalten, dass AtheistInnen letztendlich nichts anderes sagen als Ich bin psychologisch nicht überzeugt, dass Gott existiert. Hier ein kleiner Funfact. Bäume, Steine und Autos haben keine Psyche. Sie können Informationen nicht verarbeiten, wie wir es tun und können demnach auch keinen Glauben entwickeln oder Entscheidungen treffen. Unter der gleichen Logik müsste man beispielsweise auch sagen, dass Bäume, Steine und Autos vegetarische Verschwörungstheoretiker sind, weil sie kein Fleisch essen und nicht akzeptieren, dass die Erde eine Kugel ist. Was ich allerdings tatsächlich ein bisschen lustig finde, ist, dass am Ende des gerade eben gezeigten Clips der tatsächliche Standpunkt von AtheistInnen beschrieben wird. Vermutlich wollte er ausdrücken, AtheistInnen glauben, dass es Gott nicht gibt. Allerdings hat er gesagt, AtheistInnen glauben nicht, dass es Gott gibt. Das mag vielleicht so wirken, als wäre es die exakt gleiche Aussage. Doch schlussendlich sagt die eine etwas über die Existenz Gottes aus und die andere darüber, ob man an diesen glaubt oder nicht. Er wollte vermutlich ausdrücken, dass AtheistInnen tatsächlich eine Beweislast tragen, hat allerdings stattdessen gesagt, dass sie keine definitive Aussage über dessen Existenz tätigen. Drittens, wenn Atheisten tatsächlich lediglich der Glaube an Gott fehlen würde, so würden sie nicht versuchen, alternative Lösungen zu geben. Unsere Spezies ist an dem Punkt, an welchem sie heute ist, weil sie neugierig ist. Wir möchten wissen, weshalb die Dinge funktionieren, wie sie funktionieren. Und nach vielen Jahrtausenden haben wir nach und nach herausgefunden, wie wir das damit verbundene Wissen erlangen können. Wir suchen nicht nach alternativen Lösungen, um Gott irrelevant zu machen, sondern die Wahrheit, damit wir mit dieser als Fundament noch weiterhin wachsen können. Die gleichen Methoden, welche laut vielen TheistInnen Gott irrelevant machen sollen, geben uns die Möglichkeit, genau solche Videos wie dieses über das Internet zu verbreiten. Einst dachten wir immerhin, dass Blitz und Donner der Zorn der Götter waren. Heute wissen wir, dass es sich dabei um reine Elektrizität handelt. Mit dieser können wir unsere Kameras, Mikrofone und Computer betreiben, welche ebenfalls auf elektrischer Basis die analogen Daten digitalisiert und über Kupferkabel verbreitet. Wobei es hier sogar realistischer ist zu sagen, dass wir diese zwischen den einzelnen Geräten teilweise in Lichtimpulse wandeln, welche weite Strecken wesentlich schneller zurücklegen können. Wir können nochmals festhalten, dass der Theismus nicht widerlegt werden kann. An sich können wir noch immer ausnahmslos alles, was wir mittels der wissenschaftlichen Methode erfahren haben, durch einen Gott ergänzen. Die Evolution durch natürliche Selektion ist so gut belegt, dass diese als Fakt angesehen wird. Trotzdem könnte man noch immer sagen, dass Gott für die dafür benötigten Mutationen im DNA-Code zuständig ist. Sie verfassen Buch um Buch, um zu beweisen oder zu zeigen, dass Gott nicht mehr gebraucht wird. Wir haben die Stringtheorie, die Multiverse-Theorie, wir haben die Evolutionstheorie. Gott wird einfach nicht mehr gebraucht. So Atheisten. Wie bereits vorhin im Video erwähnt, müssen wir hier festhalten, dass eine wissenschaftliche Theorie nicht dem entspricht, was wir im alltäglichen Wortschatz als Theorie betiteln würden. In der Wissenschaft spiegelt der Begriff nämlich die höchste Stufe wider, auf welche man eine Idee überhaupt heben kann. Vermutlich würde keine Person sagen, dass die Gravitationstheorie, Keimtheorie oder Theorie der Plattentektonik nicht nachgewiesen ist und wir uns diese nur ausgedacht haben, um Gott zu widerlegen. Ich sollte nicht sagen, dass es keine Personen gibt, die so etwas behaupten, denn ich bin mir sicher, dass es fundamental christliche Young-Earther gibt, welche denken, dass die Erde flach ist und essentielle Öle wirken. Bei den drei aufgebrachten Beispielen muss man allerdings ebenfalls sagen, dass lediglich eines eine wissenschaftliche Theorie ist. Die Evolutionstheorie. Das Multiversum ist noch immer zu großen Teilen ein rein philosophisches Konzept und auch bei der Stringtheorie, selbst wenn der Name auf etwas anderes hindeutet, handelt es sich noch immer lediglich um eine Hypothese. Doch gehen wir für den Moment davon aus, dass all diese Themen mit wissenschaftlichen Theorien beschrieben werden könnten und wir sie aufgestellt haben, um Gott überflüssig zu machen. Würde das Gott widerlegen? Nein. Wir könnten aber eventuell die Mechanik herausgefunden haben, wie Gott, sofern eine existiert, das Universum geschaffen hat. Im schlimmsten Fall würden wir wissen, dass unser Universum auch ohne einen Gott hätte entstehen können. Das allein zeigt allerdings nichts darüber aus, ob dieser eine spezifische Gott nun tatsächlich existiert oder nicht. Ganz egal, wie viele Bücher wir noch schreiben. Wir werden die meisten Götter der Menschheitsgeschichte nicht widerlegen können. All diese Theorien schaffen es nicht zu beweisen, dass Gott nicht existiert. Sie zeigen aber sehr wohl, dass Atheisten nicht einfach der Glaube an Gott fehlt. Sie glauben an bestimmte Theorien, um die Welt ohne Gott zu erklären. Und hier kann ich im Grunde nur nochmal das zusammenfassen, was ich gerade eben bereits gesagt habe. Selbst wenn AtheistInnen nicht davon überzeugt sind, dass es einen Gott oder Götter gibt, möchten sie noch immer Antworten auf ihre Fragen haben. Wenn sie nach diesen suchen und mit plausiblen Möglichkeiten beantworten können, widerlegen sie keinen Gott, können allerdings mit dem gewonnenen Wissen besser mit ihrer Umwelt interagieren und das Beste aus ihrem Leben machen. Viertens! Wenn Atheismus tatsächlich lediglich das Fehlen des Glaubens an Gott ist, dann folgt der absurde Schluss, dass Atheismus absolut vereinbar ist mit Theismus. Denn wenn man Atheismus definiert als das Fehlen des Glaubens an Gott, dann ist Atheismus auch wahr, wenn Gott tatsächlich existiert. Wie kann das eine vernünftige Position genannt werden? Weil agnostische AtheistInnen nicht behaupten, dass es definitiv keinen Gott gibt. Doch wenn dieser Gedanke an sich so verwirrend ist, wäre natürlich auch die Frage, wie kann der Theismus eine vernünftige Position genannt werden, wenn es tatsächlich keinen Gott gibt? Persönlich sehe ich den Atheismus als vernünftige Position an, weil uns schlussendlich die Beweise fehlen, um eine definitive Aussage über die Existenz eines Gottes oder vielleicht sogar mehrerer Götter zu treffen. Die Argumente, welche ich bisher für die Existenz von genau diesen gehört habe, haben in der Regel einen Haufen logische Fehlschlüsse, welche schlussendlich dafür sorgen, dass die aufgebrachten Prämissen nicht zu dem gewünschten Fazit führen. Wenn nicht Atheismus, wie sollen wir dann sonst den Glauben nennen, dass es keinen Gott gibt? Wird hier also zum Schluss gefragt, wie wir Menschen, welche nicht von der Existenz Gottes überzeugt sind, nennen sollen, wenn es keine AtheistInnen gibt? Nein, wird es nicht. Hi, hier ist Momo aus dem Schnitt und ich schaue mir jetzt den Inhalt des Originalvideos im Zuge des Schnitts zum zweiten Mal an. Auch wenn ich die Aussage ursprünglich falsch verstanden habe, muss ich allerdings trotzdem sagen, dass es noch immer keinen Sinn macht zu sagen, dass AtheistInnen wegen der Möglichkeit, dass es doch einen Gott gibt, in irgendeiner Art anders genannt werden sollen. Wie bereits erwähnt, bräuchten wir dann immerhin auch einen anderen Namen für TheistInnen, weil diese Bezeichnung in einer Welt ohne Gott lediglich den Glauben an ein solches Wesen widerspiegeln würde, demnach Sinn machen würde, allerdings genauso unvernünftig wäre. Dieses Problem wird hier also ausschließlich von einer Seite betrachtet. Es wird gesagt, wie dämlich es doch wäre, damit zu leben und man ignoriert den Gedanken, bei welchem das gleiche Szenario aus der Gegenperspektive betrachtet wird. Demnach steht meines Erachtens noch immer der folgende Satz, wobei sich das Outro auf die falsche Interpretation bezieht. Ich vermute, dass ich so langsam ein Gefühl dafür bekomme, welche Personen sich bereits offen und ehrlich mit andersgläubigen bzw. nichtgläubigen Personen unterhalten haben und welche schlussendlich nur daran interessiert sind, ihr Dogma weiterzugeben. Aber hey, vielleicht gibt es ja doch einen Namen für Personen, welche nicht von Gottes Existenz überzeugt sind. Natürlich wie immer, wenn mir ein Video empfohlen wird. Vielen Dank an JanChef1 für eben genau diesen Vorschlag. Falls ihr die Existenz von mir, einem Atheisten, ebenfalls anzweifelt, gibt es hier drüben noch zwei weitere Videos, welche euch mehr Beweise geben dürften, damit auch ihr zum Schluss kommen könnt, dass ich real bin. Ansonsten könnt ihr dort unten den Kanal abonnieren oder in der Videobeschreibung meine Social Media Seiten finden, wenn ihr auch in Zukunft mein Dasein überprüfen möchtet. Wir sehen uns im nächsten Video und in diesem Sinne, bis dann! Mal sehen! Mal sehen! Mal sehen! Mal sehen! Mal sehen! Mal sehen! Vielen Dank.